Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wochenausblick. Wir schauen auf die wichtigsten Termine für Börsianer und Händler in der kommenden Handelswoche, die sicherlich einmal mehr geprägt sein wird vom Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten. Ja nun, die Märkte haben sich relativ schnell mit dem 45. Präsidenten der USA arrangiert. Man macht sich Hoffnung auf die positiven Aspekte seines Programmes. Die Börsianer setzen auf ein Konjunkturprogramm, sie setzen auf Steuersenkungen und das Thema Deregulierung. Und das verschaffte dem Dow Jones Index relativ schnell ein neues Rekord hoch. So weit hat es der DAX noch nicht geschafft. Er wird in der kommenden Handelswoche sicherlich weiterhin in Richtung 10.800 Punkte Marke luken. Das ist die nächste harte Widerstandszone und die müsste er erst einmal knacken, um dann Richtung 11.000 Punkte weiterzulaufen. So weit ist es noch nicht, aber Sie merken, das Thema Politik wird die Märkte weiter beeinflussen. Und auch das Thema Geldpolitik, die Inflationserwartungen in den USA, sie sind schon angestiegen. Und das Thema Leitzinserhöhung ist ganz oben auf der Tagesordnung. Und im Dezember, da ist der nächste Termin angesagt, dann könnte die FED womöglich eine nächste kleine Zinsanhebung beschließen. Schauen wir auf wichtige Termine in der kommenden Woche und beginnen mit dem Montag. Montag, der 14.11. ist zugleich der Startschuss für die 19. Euro Finance Week in Frankfurt. Das europaweit größte Branchentreffen der Bank- und Finanzwirtschaft. Es wird eröffnet vom Vizepräsidenten der EZB, von Konstantio. Und alle Größen der Bankwirtschaft werden sich dann unterhalten und diskutieren zum Thema Chancen und Risiken in der sogenannten Neuen Normalität. Das klingt doch spannend. Und es folgen dann mehr als 20 Fachkonferenzen in den Tagen bis zum 18. November. Alles in Frankfurt am Mai. Am nächsten Tag, am 15. November, gibt es einmal mehr eine gewisse Stimmungsindikation. Wir bekommen die ZEW-Konjunkturerwartungen für den Monat November. Am Mittwoch, am 16.11. dann ein Datencocktail aus den USA. Wir bekommen die Erzeugerpreise, die Zahlen zur Industrieproduktion und auch zur Kapazitätsauslastung. Alles für den Monat Oktober. Ja, und wenn diese Zahlen positiv herauskommen sollten, könnte das ein weiteres Indiz sein für eine baldige Zinsanhebung durch die US-Notenbank FED. Am Donnerstag nochmal die große Politik. Der letzte Besuch vom scheidenden US-Präsidenten Obama in Berlin. Er reist am 17. November an. Und dann am 18. November, dann kommt nochmal die Geldpolitik ins Spiel. Dann wird eingeladen wieder nach Frankfurt zum European Banking Congress mit dabei. Unter anderem EZB-Chef Mario Draghi, Bundesbankchef Jens Weidmann, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Und auch James Bullard wird da sein, der Präsident der FED von St. Louis. Er ist zurzeit stimmberechtigt im Geldpolitischen Ausschuss der US-Notenbank, also des FOMC. Und vielleicht gibt er uns ja eine Indikation, ob die Zinsen weiter rauf müssen und ob es dann im Dezember passiert. Nämlich die nächste kleine Zinsanhebung durch die US-Notenbank, durch die FED. Also die nächste Woche hat es durchaus in sich, politisch wie auch geldpolitisch. Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Bis zum Montag. Alles Gute aus Stuttgart. Tschüss.